Herzogin Meghan hat seit April eine Lifestyle-Show für Netflix gedreht. Insider haben nun dem US-Portal Page Six verraten, dass sie im kommenden Jahr erscheinen soll. Die Dreharbeiten zu dem noch titellosen Projekt sollen bereits abgeschlossen sein. Die Fertigstellung soll jedoch noch einige Monate dauern, da die Folgen für alle Länder der Welt mit Ton und Untertiteln synchronisiert werden müsse. Anfang 2025 solle sie dann auf dem Streaming-Dienst verfügbar sein. Die Show soll Meghans neue Lifestyle-Marke American Riviera Orchard begleiten. Es heißt, die Herzogin sei darin beim Kochen zu sehen und präsentiere sich als eine Art neue Martha Stewart. Ob Prinz Harry ebenfalls zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Auch für die Einführung der Marke gebe es noch kein bestätigtes Datum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017